wir haben es jetzt nach folge auch noch richtiger ja genau sind ja jetzt im wetter da kann ich es machen aber viel bringt mir das ohne weil ich jetzt das segel zu ende bauen werde bis da gut da ist dann geht es richtig los habt ihr eigentlich auch schon eine low power cell was für ein ding eine power cell energiespeicher daco hat da irgendwas gemacht gehabt gebaut gehabt in der letzten aufnahme kurz hier unten reingucken power cell low so da haben wir tag das wird jetzt im spaß du machst jetzt gerade ein circuit board richtig? ja kannst du drei stück direkt machen weil ich glaube wir brauchen die häufiger drei stück gleich ok wenn wir die ressourcen dafür haben gerne so 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 ähm palim 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 fahrt richtung speed board ich brauche dreck silikon ist eigentlich hier drin aber silikon haben wir gerade im niveau ich gar nicht ok dann baue ich bei mir ab äh silikon kriegst du nicht aufräumen da kriegst du latex raus und das müssen wir dann auch zu tiny dry rubber machen um sie white butter brauchst du rubber oder brauchst du latex? ich brauche silikon silikon sand in den efab und da brauchst du ähm die flüssigkeit latex den kriegst du halt mit dem tree fruit extractor und davor setzt du einfach nur einen holzlock latex müssen wir noch in einem der efab dinger haben hands mit latex aus ner quest reward gerosin wir haben da ist da latex nicht latex cans ja reicht dir der marble ark? äh warte mal ich hab noch nicht reingeguckt wo ist denn unser ganzes rubber hin? nein rubberwoods so andere frage wo ist der ganze karte hin? ach so den hab ich schon rausgenommen dass der ja der wird schon reichen wenn nicht dann nicht dann ja aber ich such grad wirklich das rubber zeug hier oben ist doch der rubberwood ne ich mein den äh den äh den äh den äh extrakt der da rauskommt latex copper gold und rose ach hier also das ist sep was rauskommt pfff gut dann machen wir das dort ein andermal dann kann ich das erstmal hier reinhauen kann ich jetzt wieder auf den server bitte? concrete 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 das da rein das da rein das da rein das da rein äh das da du machst glaub ich kraften Fehler warum? der muss in die Mitte dann ufff das ist an sich alles egal wo es ist bis auf der mittlere der muss immer in die Mitte passt recht ja ich brauche einen drill leck mich am arsch ernsthaft scheiße ich brauche einen drill für den void meiner das ist aber der erz meiner ja für den erz meiner brauche ich einen drill ja ich bin auch in der richtigen aufnahme schön dass wir das jemand toolforge können wir machen das heißt hammer wir brauchen dazu zink und das kriegt man ja aus diesen kleinen knubbelpowdern Palle fragt gerade kann man mit der elf tools auch bestimmte erze abbauen oder geht das nicht? elf tools was war das denn nochmal? äh da bin ich gerade immer fragt da musst du CO2 drauf antworten CO2 kann man mit der elf tools auch bestimmte erze abbauen guck mal was er mit der elf tools sagt genau meint 1 2 3 4 er meint wahrscheinlich den Phil da sollte eigentlich gehen aber ich weiß nicht was er genau meint mit der elf tools so die hammer 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 ab ball ok das nächste wäre kompressung ja da ist ihr das drin? meint' an sich ja ich hoffe das war das bitte 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 doch ich sitze jetzt dran ich mach grad den machineframe block an sich haben wir alles dafür er meint generell kein gegenstand von der tools der was abbauen kann die wasserräder waren sieben lang und sieben hoch ja ich sehe mich höher als fünf blöcke maximal ich meine ich stelle einfach mal ein wasserrad auf ich habe ja ja das kannst du nur aufbauen wenn du da den dings buch dran hast sonst kannst du das leider nicht setzen ok hier kriegt man es zu voraus das möchte ich nicht ähm gott wo kriegt man zink raus wo ist tin 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 da äh bohrst du eigentlich jetzt meinen gilt ich brauch tin erz nee das erste mal noch nicht ja 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 das rechts hat und vorne nicht ich weiß nicht das geht hier aber auch nicht so wie ich mir das vorstelle ähm hast du grad nachgeschaut ich hab grad angst warum äh palle ach palle sagt schon äh dark ja daco dumme frage kann ich äh die maschine von äh tag rebound also den kompressor und so einfach an den äh led flux duck anschließen great last bitte den äh die maschinen von tech rebound also zum beispiel den kompressor ja den müsst ihr schon haben kann ich den einfach an den led flux äh an den led star und flux duck anschließen also an die tier 1 kabel von firmen äh diamantix ja okay was war dein befürchten äh ich weiß dass die maschinen kaputt gehen können wenn du denen zu viel strom lieferst basic machine frame 1 2 3 ja wenn du denen zu hohe wegen an der f äh also ein zu starkes kabel äh gehst machen die puff und sind weg ja was ist das denn diorite pavement wofür brauchen wir den kompressor äh wo hast du das denn her ja ich dachte diorite kann man auch kompressen und das kommt dabei raus wenn man es kompressen sieht irgendwie geil aus das kannst du mit allen steinen machen auch anders sein den würd ich äh rolling in the deep machen ja den machst du den brauchen wir da jetzt aber erstmal nicht dann mach ich den machine frame block of the find iron extractor wie hieß das denn extractor das ich stelle gleich zink her äh da ich soweit nie war kannst du es kurz erklären wie äh mit dem grinder viel spaß und dann können wir nämlich die toolforge machen wenn wir äh vier blöcke auf zink haben danke ich brauche gold copper möchtest du den extractor machen ich mach den extractor ja ist ganz schön wir haben keinen sand doch einen sand haben wir noch ha geil das reicht genau aus wir haben noch ein paar electronic circuits neue haste warte ich mach mal ein bisschen steam mach mal ein paar neue ingots silikon eng kupfer ein go wo ist das ganze gold da oben und ein redstone das ok das ist das ist das ist das ist alles das das und das und in die mitte muss so ne komische platte Schau mal, das ist die richtige. Wo mein Bucket ist. So. Kann ich da ein Bucket haben? Och ey. Ja, da ist in der Küste da hinten. Achso, in der Küste da hinten. Ich hatte doch den Kindern was gesagt. Boah, Buchanien, er hat es bekommen. So heiße ich. Wir machen kurz was anderes vorher. Vor dem Extractor? Äh, ja. Und zwar, äh... Crafte mal bitte vier Tanks. Und zwar die Efab-Tanks. Aber warum? Tool Forge. Irgendwo taut doch da jetzt nicht ganz hin. Äh, ja. Ähm... Opa, Tin. Opa, Tin. Opa, Tin. Opa, Tin. Oh, ich hab den... Alter, er peinnt. Wobei, ich brauchte drei Stück. Drei Stück, okay. Ja, hier. Einen hast du da. Industrialkrain, da brauch ich. Wow, ich hab den falschen hergestellt. Ach, die kann man ja wieder nicht abbauen. Ach du Scheiße. Industrialkrain... Ach du heiler, dann. Diamond Grinding Head. Diamond Dust, Stahl, Inget und Diamant. Äh, kannst du mir den eigentlich? Den kannst du mal wiedergeben? Kannst du trotzdem nur drei. Ach, hier. Ich brauche... Darf ich... Ich geb zwei raus. Also muss ich achte Kleen häckseln. Bin ja Advanced, meinst du? Hm. Ach, das wird schon gemacht. Dann hau mal dich... hier rein. Acht Stahl. Ja, kein Stahl. Das brauche ich auch gerade alles. Ich brauche ja nicht viel... Ich brauche nur... Wie viel denn? Acht. Acht. Ja. Hier. Danke Danke. Hast du noch die Ranch irgendwo? Die vom letzten Mal, die liegt oben in dieser Krimskampsküste. Da. Boah nee, das dauert echt zu lange. Oh shit, jetzt hab ich das abgebaut. Ich muss das erst grinden, bevor ich es melden kann, ne? Äh, was? Copper und Tim. Da müssen auch noch 4 Dears durch. Aber mit der Smart Branche kannst du die Maschinen hier wieder abbauen, Darko. Haben wir nicht den Grinder schon gemacht? Nee, den haben wir noch nicht gemacht. Dann wäre es vielleicht interessant, erstmal den zu machen. Damit ich hier nicht immer auf Kerze auf Maus auf Key. Lass uns erstmal den Advanced Dings machen, weil ich nicht aufgebrochen bin. Grinder, ne Menge Stahl und alles. Okay. Den Advanced Tank. Den muss ich dann nochmal herstellen. Das ist auch eine Quest, die wir schon haben. Also nochmal 3 davon. Eine Platte davon und so ein Block. Okay. Da hatte ich mich gefasst. Oh, Cobblestone. Die Dinger kommen dann irgendwo. Ich brauche eine Advanced Machine Frame. Advanced Alloy Plate Carbon Platten. Ja gut. 6 Carcool, ein Carbon Brick. Das ist easy. Und das. Ach nee, da brauchst du den Compactor und sowas. Ach, Tool Forge können wir auch erstmal vergessen, ne? Kriege ich die Stahl also wieder? Die sind schon verballert in die Diamond Grinding Heads. Ich sag mal so, ich hab schon ein bisschen was, um das herzustellen. Aber wir brauchen noch andere Maschinen. Ein Redstone und ein Suns. So. Ist der Boden Hopper? Ja. Ich war zu faul, wir hatten nicht die Ressourcen für einen normalen Hopper. Und der Strom von der Funktion kommt mal so gar nicht hinter. Nee, deswegen, wir brauchen unbedingt Wasser und Windräder. Ich glaub, ich mag zunächst mal, wenn wir spielen, Oskar mit Steve Karts auseinandersetzen. Weil's interessant aussieht. Nee, ich weiß, dass man damit Sachen automatisieren kann. Kleiner, der andere war hier. Du meinst relativ early? Ja. Ja. Nein, jetzt ist das da runtergefallen. Deswegen mag ich das nie. Ich würde jetzt erstmal eine Menge Bronze machen. Hey, ich kann eben ein Buch lesen oder so. Das. 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 Ähm. Jetzt brauche ich... So, nee, der kommt da hoch. Der Grindr und der Grindr. Ich glaub mal. Wie viel du brauche ich? Ich hab... Satt an Kruzifix. Satt an was bitte? Satt an Kruzifix. Satt an was bitte? Du bist kein Schweizer. Äh, ich brauch drei davon. Die hab ich nicht mehr. Ich hab nur eins. Satt an was läuft. Und der Advanced Machine Frame. Wir haben von allem nichts mehr da. Ja, süß echt. Reinforced Metal. Das ist ja einfach herzustellen. Die Dinger hab ich noch. Eisen und das da. Hammer da. Hammer da. Hammer da. Hammer da. Hammer da. Ich brauche zwei Stück. Haben wir nicht mittlerweile auch eine Möglichkeit, die schöner herzustellen? Schöner? Was ist denn bei dir schöner herzustellen? Als... Ja, als mit einem Blasfern. Das ist einfach irgendeinen besseren Weg. Äh, wenn es einen anderen Weg gibt, guck bei Jay. Ich... Mir ist das gerade... Ja. Oh, Lapis. Äh, den Electric Arc Furnace haben wir noch nicht zufällig, oder? Äh, ich glaub nicht. Wie weit ist der Electric Arc Furnace weg, Pascal? Ja. Ein bisschen was. Hm. Okay. Also nicht der... Ähm... Ah ne, Entschuldigung. Von ihm ist das heißt Improved Glass Furnace. Den meine ich nicht. Und... Die Dorte. Für die brauche ich wieder Silikon. Oh, Mann ey. Komm schon. So, Silikon. Das heißt wie das Sandfurn. Richtig produktive Folge. Der... Ne, fuck mich mal. Ich warte darauf, dass Stahl fertig wird. Ist auch nicht so supi. Alles Darko schuld. Er wollte unbedingt das Modpack spielen. Äh, hast du... Ich... Ich muss jetzt dann mal wirklich überlegen, wer von uns hatte die Idee. Ich glaub, wir beide zusammen sogar. Ohze. Schmilzt noch. Ähm. Dann... Kann ich ja schon mal die Eisen... Weißt du was? Das ist immer noch schnell drin. Erlaub keinen zu nutzen. Okay. Boah. Ich hasse es. Ich weiß nicht mehr an. Willst du lieber Marble Farm gehen? Habe ich schon wieder. Alter, du ist krank. Das reicht dein erstemal aus. Wir haben sowieso erstmal ein anderes Problem. Ich weiß nicht mal wohin mit diesem Kackstein. Also mit dem ganzen anderen Schrottstein. Ähm... Da steht uns... Den kann man ja nicht compressen, leider. Warte mal. Gibt's nicht hier Mülleimer? Ach Gott, wie hieß der noch mal? Mülleimer? Ja... Gott, wie hießen die noch mal? Weil extra Utilities ist ja drauf. Trashcans? Ja, genau. Und die machen was? Äh, das ist Mülleimer. Weckschleißen. Das ist ein stinknormaler Mülleimer. Ja... Ich weiß, dass ich... Solange Lista durchrattert, beende ich die Folge hier. Oh!